Kannst du mal in fünf Sätzen die Finanzkrise erklären, Paul? Komm. Ja, Finanzkrise. Stell dir vor, du bist Bauer. Bauer Markus. Ich kaufe dir eine Kuh ab. Ich gebe dir 100 Euro, sag ich, morgen bringst du mir die Kuh. Jetzt kommst du morgen, sagst du, Paul, tut mir leid, die Kuh ist übernacht gestorben. Die ist tot. Das ist Finanzkrise, ja? Wäre ich jetzt Banker, würde ich sagen, gib mir die tote Kuh trotzdem, ich mach da eine Verlosung draus. Und dann verkaufe ich hier lose. 500 Stück, A2 Euro, 1000 Euro, 900 Euro Gewinn, indem der die Kuh gewonnen hat. Sagst du, mir leid, die ist tot. Du hast dann jetzt zwei Euro wieder. Verstehst du? Internationales Finanzmanagement. Das müssen wir alle jetzt verstehen. Ich hab, es versteht noch keiner mehr.